Der Ultraschallschädlingsvertreiber ist ein Gerät, das Ultraschallwellen aussendet, um Schädlinge wie Mäuse, Ratten, Insekten oder andere unerwünschte Tiere abzuwehren. Diese Ultraschallgeräte werden häufig in Haushalten, Lagern, Büros und anderen Orten eingesetzt, um Schädlinge fernzuhalten, ohne auf chemische Mittel zurückgreifen zu müssen. Die Ultraschallwellen stören die Sinne der Schädlinge und verursachen Unannehmlichkeiten, was sie dazu veranlasst, den Bereich zu verlassen. Die Nutzung dieser Geräte ist wichtig, da sie eine umweltfreundliche, ungiftige Methode zur Schädlingsbekämpfung darstellen und somit dazu beitragen, Schädlinge effektiv zu kontrollieren, ohne schädliche Auswirkungen auf Menschen, Haustiere oder die Umwelt zu haben. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Ultraschallschädlingsvertreiber. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Ultraschallschädlingsbekämpfer. Der Ultraschallschädlingsbekämpfer nutzt sowohl Ultraschall- als auch elektromagnetische Chips, um das Hör- und Nervensystem von Schädlingen zu desorientieren und sie effektiv zu vertreiben. Er kann eine Vielzahl von fliegenden und krabbelnden Schädlingen wie Mücken, Spinnen, Wanzen, Kakerlaken, Mäuse, Flöhe, Ameisen, Fruchtfliegen und so weiter abwehren. Das elektronische Insektenschutzmittel ist handlich und einfach zu installieren. Es muss lediglich in eine Steckdose gesteckt werden, um zu funktionieren. Die Ultraschallschädlingsbekämpfung benötigt normalerweise 3 bis 4 Wochen, um je nach Befallsgrad unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Die elektronische Mückenabwehr ist in Innenräumen von bis zu 1200 Quadratfuß wirksam. Um die beste Wirkung zu erzielen, sollte jeder Raum mit einem Schädlingsbekämpfer ausgestattet werden. Dieses Gerät findet breite Anwendung in Häusern, Lagern, Büros, Gärten, Hotels und so weiter. Es wird verwendet, um Schädlinge durch Aussenden von Ultraschallwellen zu vertreiben. Die Ultraschallfrequenz ist für Menschen und Haustiere unhörbar, daher ist dieses Gerät tierfreundlich, umweltfreundlich und sicher für Kinder. Diese Chemikalienfreue, ungiftige Ultraschallschädlingsbekämpfung ist zu 100% sicher für Ihre Familienmitglieder und Haustiere. Hier ist der Punkt Nummer 4, Tfortmäusevertreiber. Dieser neueste Schädlingsvertreiber verfügt über eine maximale Leistung von 20 W, die effizienter ist als der Mäuseschreck auf dem Markt, der nur 5 W-Leistung hat. Im Vergleich zu herkömmlichen Mäusefallen hat der Ultraschallrepeller einen größeren Wirkungsbereich und keine scharfen Metallzähne, die Kinder oder Haustiere im Haus verletzen könnten. Die intelligente Frequenzumwandlungs-Doppelwellentechnologie stellt sicher, dass Parasiten und Mäuse keine Immunität und Anpassungsfähigkeit entwickeln können. Er nutzt die neueste Ultraschall- und elektromagnetische Technologie und ist in der Lage, effektiv Kakerlaken, Mäuse, Mücken, Ameisen, Spinnen und weitere Parasiten abzuwehren. Ein einziges Ultraschallinsektenschutzmittel ist auf einer Fläche von maximal 90 bis 100 Quadratmeter wirksam. Es werden keine giftigen Produkte, Chemikalien, Fallen oder Tötungen verwendet, was keine Gefahr für Menschen, Kinder und Haustiere darstellt. Zudem ist es kostengünstiger und langlebiger im Vergleich zu teuren Schädlingsbekämpfungsunternehmen und anderen Methoden zur Schädlingsbekämpfung. Der Punkt Nummer 3 – Isotronik-Mäuseabwehr Bis zu 40 Quadratmeter können mit Ultraschallwellen behandelt werden, die keine Wände durchdringen können. Es wird empfohlen, einen Stecker pro Zimmer zu verwenden, um Nager abzuschrecken, sei es im Haus oder im Außenbereich. Mäuse und Ratten werden durch die Ultraschallwellen des Sendegeräts gestört und verlassen daraufhin ihre Unterkünfte. Für uns Menschen sind diese Frequenzen nicht hörbar. Die Anwendung ist einfach, setzen Sie Batterien ein, schalten Sie das Gerät ein und platzieren Sie es an der gewünschten Stelle. Der Wirkungsbereich beträgt ungefähr 40 Quadratmeter pro Gerät. Durch die Wechselfrequenz wird der Gewöhnungseffekt reduziert und die Abwehr- und Vertreibungsfunktion bleibt kontinuierlich aktiv. Dieser Mäuse- und Rattenvertrauber funktioniert ohne Köder oder Gift und kann als Alternative oder in Kombination mit Mausefallen, Köderbuchsen oder Lebenfallen eingesetzt werden. Es handelt sich um einen elektronischen Schädlingsvertrauber für Haus, Keller und Garten, der Mäuse und Ratten ohne den Einsatz von Chemikalien vertreibt. Nummer 2 in unserer Liste – Isotronik 2RZ Mäusevertrauber Unser innovativer Mäusevertrauber bietet effektiven Schutz vor Nagetieren wie Mäusen und Ratten. Das Gerät erzeugt Ultraschallwellen, die unerwünschte tierische Besucher dauerhaft vertreiben, ohne dass Menschen sie hören können. Mit einer Abdeckung von 40 Quadratmeter bietet es Rundumschutz. Es wird empfohlen, pro Zimmer ein Gerät zu verwenden, da die Tonfrequenzen nicht durch Wände dringen. Das Mäuseschutzgerät lässt sich einfach über einen Schalter ein- und ausschalten. Es sendet dann in Intervallen akustische Signale im Frequenzbereich von 12 bis 24 Kilohertz aus. Die Wechselfrequenz reduziert die Gewöhnungseffekte. Nageteere können in verschiedenen Bereichen wie Wohnräumen, Kellern, Dachböden oder Garagen störend sein. Unser Teerabwehrgerät kann daher in allen Innenräumen eingesetzt werden. Es bietet eine großartige und schonende Alternative zu herkömmlichen Tierabwehrprodukten, da die Tiere ausschließlich aufgrund der Tonfrequenzen vertrieben werden, ohne dass ihnen Schaden zugefügt oder sie vergiftet werden. Die Nummer 1 in unserer Liste – Mückenschutz-Ultraschallschädlingsbekämpfer Unser Ultraschallschädlingsbekämpfer vertreibt schädliche Schädlinge sofort, ohne Unordnung oder Geruch zu verursachen. Die elektrische Mausefalle und das Insektenschutzmittel benötigen keine Batterien, sparen viel Geld und hinterlassen keine Leichen oder unangenehmen Gerüche. Abhängig von der Schwere des Schädlingsbefalls zeigen sich in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Wochen Ergebnisse. Jeder Ultraschallschädlingsbekämpfer kann eine Fläche von bis zu 1200 Quadratmetern abdecken. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, eine Einheit für jeden Raum zu verwenden, um sicherzustellen, dass jeder Winkel Ihres Hauses vollständig geschützt ist. Unser Mausefallen-Elektro-Insektenschutzmittel ist eine bessere Wahl zur Schädlingsabwehr für Kinder und Haustiere. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ultraschallschädlingsbekämpfern sind unsere Ultraschallwählen für Menschen und Haustiere nicht hörbar. Da unser Insektenschutzmittel für den Innenbereich keinen Geruch oder Chemikalien enthält, ist es äußerst freundlich und unschädlich für Kinder, schwangere Frauen und Haustiere. Es kann in Häusern, Restaurants, Garagen, Hotels, Büros, Lagerhäusern, Krankenhäusern und so weiter eingesetzt werden. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Ultraschallschädlingsvertreiber unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten. Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020